Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du er ist hier das Alpha-Tier Herzlich Willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen Der Skyline ist am Start Genauso wie eine kleine Runde Let's Play Together Splinter Cell Blacklist Mit meinem wundervollen Co-Moderator, dem Impi Hallo zusammen Ich freue mich, ihr kennt ihn ja schon Ich muss mich nochmal entschuldigen Für die etwas schlechtere Quali seiner Stimme Ihr werdet vielleicht dann demnächst mal was deichseln Das ist der Grund, warum ich noch kein Splinter Cell Let's Play gemacht habe Weil ich erst die Koop-Kampagne durchspielen wollte Und dann halt die Let's Plays von der Einzelspieler-Kampagne Sonst würde da ein bisschen durcheinander kommen Und möchte ich ja auch nicht Ich möchte ja meine Zuschauer nicht überarbeiten Und mich selber auch nicht Und deswegen machen wir es so Wir haben alles eingestellt Erste Mission auf normal Und wir starten jetzt Ach, ich bin so aufgeregt Boah Ärmelkanal Zappelt die Kommunikation der Engineers an Die über die Datenhub verläuft Ohne eine Spur zu hinterlassen Machen wir es mal, ne? Würde ich sagen Wäre kein Problem Die Engineers sind ja in dem Fall die Terroristen Vermute ich jetzt mal, ja Muss ja Es lädt noch so schön Das ist so toll So So sieht's aus Ihr müsst bei der Annäherung vorsichtig sein Mitchley-Rossington hat hochklassige Sicherheitssysteme gekauft Und beschäftigt dazu noch einen Haufen Wachen Okay Sagtest du nicht, die Hälfte der Wachen sei weg? Mit die Hälfte meine ich nicht alle Okay, Datenzugriffspunkte befinden sich in den oberen Etagen der Einrichtung Sind hauptsächlich Apartments Ihr findet schon, was ihr sucht Verstanden Irgendwelche Ausweichrouten Sieht aus, als käme man an der Seite der Anlage hoch Wenn ihr das schafft, von mir aus Viel Glück Okay, äh Jetzt darf man ja kurz dazwischenreden Ich fand die Einblendung gerade richtig cool Von der einen Schrift Muss ich ganz ehrlich sagen Ja, das ist Knappe ohne Boot umklärt Sind das halt typisch? Wird das immer an Wänden Oder irgendwelchen Objekten eingeblendet Also richtig stylisch Ich hol mir den hier gleich mal Mhm Da kommt noch einer, warte Oh, jetzt wird's gefährlich Ich hol den anderen, der ist Ziel ist neutralisiert Der wäre ich hier sein könnte Das ist noch ein anderer gewesen Also der ist unter den Dingen jetzt lang Des Weiteren finde ich das schön Oh, er sieht mich Geh in Deckung Leg ihn ab Schmeiß ihn ins Wasser Hier ist dunkel, hier ist dunkel Super Er kennt dich auch Kein bisschen Ah, schön So, jetzt will ich mal kurz gucken Bist du auch, ähm Der, der ich bin Oder bist du ein anderer? Anscheinend Ich sehe ja genauso aus wie du Echt? Ich glaube, du bist ein Nigger Und ich bin hier, äh Der Hauptcharakter, würde ich sagen Ach so, ja Du bist Sam, stimmt Ähm, das heißt Wir sind schon mal keine Gesichtslosen Idioten Das finde ich schon mal ganz gut Äh Aber ich frag mich, ob es noch eine vernünftige Story gibt Wir haben ja aus Backups und Line haben wir zusammen Pro-Auf Let's Plays Oder gespielt Und fand ich halt sehr schade, dass es halt nichts Vernünftiges gab Aber hier scheint es, äh Anscheinend Eine vernünftigere Kampagne zu geben Also nicht ganz so Ja genau, das war jetzt total sinnvoll Okay, wie komm ich da hoch? So komm ich da hoch Okay, ich muss sagen, von der Grafik her finde ich es eigentlich ganz in Ordnung hier das Spiel Das macht einen schönen Eindruck Das war ganz professionell, ja, du hast aber noch eine Lampe vergessen Oh, die geht aber nicht kaputt, okay Aber die geht aber nicht kaputt, okay Sehr schön Verdunkelheitssorgen Das Wasser sieht jetzt nicht ganz so Mhm, aus Kann ich hier hoch? Da muss ich nicht hoch Ich mach auf Ich mach in Deckung Ah Okay Irgendwas sieht uns Ja, hier ist ein Gegner, Vorsicht Was schön ist, ich könnte jetzt auch in die andere Richtung gehen, was auch noch schon mal machen, ne? Wie du willst Aber hier ist noch einer, Vorsicht, da ist noch einer im blauen Hemd Das war so schlecht von mir, das tut mir sorry Das war so schlecht von mir Ich glaub wir bleiben lieber zusammen Ich geh mal ein bisschen in den Schatten Vielleicht können wir den mal woanders hinschieben, hier, diesen Körper Grim, ich hacke jetzt ihren Router Ah, hat nicht so ganz geklappt Es läuft gut, eins erledigt, noch zwei Router ist gehackt Okay Ich geh mal hier hinten rum Hier ist es schön dunkel Lass mal die Leiche im Dunkeln verschwinden Hier hinten ist es schon dunkel Ich werd die mal hier hinbringen Was hab ich denn jetzt gemacht? Was soll denn ich jetzt gemacht habe? Ich hab irgendwie eine andere Waffe Hier hinten liegt noch eine andere Waffe Ich weiß nicht was das jetzt ist Ungedämpfte Waffe hab ich jetzt aufgenommen Aber ich muss gleich mal die Waffe wechseln nochmal Oh hier kannst du reinwerfen Ey, nein Du hier rein Kannst du schon runterwerfen Und dann guck mal eine gedämpfte Waffe wieder aufnehmen Ich hab hier was auf dem Radar Ah, ich wär der beste Spielhund der ganzen Welt ey Okay Hunde, 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 Hunde Das klang nicht gut Wir hatten ein kleines Hundeproblem Schon gelöst Dieser Hundesohn Puh Da oben ist ein Sniper Das hat einen breitgekrönten Hund besitzt Ja, besaß Hey, du hast einen Patrol auf der Seite Der Sniper guckt mich grad direkt an Nein, doch nicht Er guckt über mich Du musst einfach nur den roten Strahl folgen Wo der hinschaut Du bist ja so professionell hier unterwegs Und ich Ich hab Seit Splinter Cell 1 jede Splinter Cell gespielt Ich weiß, was ich tue Okay, hier oben scheint Okay, der guckt jetzt ein bisschen runter, der Typ So, hier sind wir besser im Visier Von den Gegnern Da können die schön langlaufen Wenn der gleich mal woanders hinguckt Ich kann die jetzt so vorn Oh, pum pum Wo grad waren das denn da Lass uns am besten erst mal im B kümmern Wo? Ich sehe ihn Scheiße Das war keine gute Idee Vor allem das Geile war Ich stand direkt vor ihm Tritt das Glas ein Und er sieht das Und macht nichts Erst wo ich dann direkt neben ihm stand Hat er was gemacht Hey, neuling Oh shit, sorry alter Ah fuck Wir haben gewusstet, dass wir beide zusammen zurückgedrückt werden Das ist scheiße Das ist richtig scheiße Okay, jetzt werden wir super gut, super clever spielen Warte, bevor du den da oben haust Ich gehe schon mal vorwärts Und versuch gleich den nächsten zu verhalten Gerade den anderen, ja Hey, der guckt mich gerade seitlich an Ich versuch mal ein bisschen Scheiße Warte einen Moment Der kommt direkt zu dir Du kannst ihn dann ins Wasser ziehen Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen weiter Ich attackiere, ich attackiere Ich bin jetzt hinter ihm Ich attackiere Was war's denn jetzt? Ich habe ihn attackiert Der Typ war mit dem Rücken zu mir Ich drücke attackieren Und er nimmt ihn als Geisel Und warte bis der Typ sich umdreht Oder was Was war's denn jetzt? Jetzt wollte ich es super clever machen, ey Und er versaut mir alles Dieser Sam Sollen wir wieder fischen gehen? Okay, nochmal Die Idee war schon ganz gut Das Timing war nur kacke Wir müssen uns gleichzeitig machen, das ist das Problem Okay, jetzt sind beide über mir und unterhalten mich Now shut it, you're just making things worse Das Problem ist, ich könnte ihn jetzt runterjagen Aber da ist noch der andere Der würde es sofort bemerken Nee, das ist keine gute Idee Ich habe den einen Okay, ich warte bis er wieder zu mir kommt Er steht nämlich ganz unten Ganz beschissen dort Ich warte, ich warte Er kommt auf mich zu Ich halb, ich habe ihn gleich Keine Sorge Schön Ja, du hast also schon alle Teile gespielt Ich muss sagen, ich spiele das jetzt gerade zum ersten Mal In Splinter Cell Vorher hat mich das irgendwie nicht so wirklich gereizt Vielleicht fand ich die Grafie einfach nur zu schlecht oder so Ich habe keine Ahnung Aber dann hat mich ja so ein, dieser, dieser Coop, äh dieser Online-Teil irgendwie ziemlich fasziniert Der sieht dich, ne? Ist dir klar Nee, der sieht mich nicht, solange meine grünen Dinger leuchten Bin ich unsichtbar für die Gegner Weil ich im Dunkeln mich befinde Okay, da hinten Achso, solange es beleuchtet bin ich unsichtbar, okay Okay Ich bin nur ein, dieser ... Töne Ich bin nur ein, dieser Einel